Weihnachtsspecial Teil 2 kam jetzt doch irgendwie unerwartet erst einen Tag später, aber ist heiß. Ich dachte mir, dann habt ihr an beiden Feiertagen was zu hören. Also, ich bin bei Teil 2. Ich lese, Rowling beantwortet offene gebliebene Fanfragen. Wir sind fast am Ende. Aufgehört haben wir bei Nymphodora Tonks. Das heißt, ich mache weiter mit Dolores Umbridge. Dolores Umbridge konnte ein Patronus erzeugen, obwohl sie das Horcrux-Medaillot trug, weil sie sich in Verbindung mit etwas Schrecklichen überhaupt nicht beeinträchtigt fühlte. Wird letztendlich doch eingesperrt und für das bestraft, was sie all den Muggelstämmigen angetan hat. Dolores Umbridge ist, glaube ich, tatsächlich der wahre Erzfeind in Harry Potter in meinen Augen. Also, ich finde bei... Also nicht, dass ich voll... Okay, ich muss nochmal kurz tief durchatmen und dann reden. Nicht, dass ich ein Voldemort-Fan bin. Das bin ich nicht. Ich fand es richtig, dass sie gegen ihn gekämpft haben und ich fand auch seinen Weg nicht richtig. Darum geht es mir nicht. Aber ich habe seinen Werdegang zumindest verstehen können, woher das kam. Ich hatte auch oder habe viel Mitleid mit Voldemort gehabt, mit seiner Vergangenheit. Und die war nicht einfach. Es ist keine Entschuldigung für seinen Verhalten oder für seinen Werdegang. Das nicht. Aber Mitleid hatte ich deswegen trotzdem mit ihm. Er ist ohne Mutter aufgewachsen, ohne Vater aufgewachsen. Der Vater hat nichts von ihm wissen wollen. Er musste im Waisenhaus leben. Im Waisenhaus war Familie Dursley 2.0. Und ich... Also, das hat mir einfach leidgetan. Niemand sollte doch so aufwachsen müssen in solchen Umständen. Es hat ihn ja nicht mal irgendjemand adoptiert oder so. Und der einzige Ort, an dem er sich wohlfühlte, war Hogwarts. Und dort musste er jeden Sommer weg. Und wir kennen ja alle die Geschichte. Oder zumindest die Bücherleser kennen die gesamte Vergangenheit. Weil in dem Film wird das ja leider nicht dargestellt. Aber bei Dolores Umbridge, die hat einfach gar keinen Grund. Die hat keinen Grund, so zu sein. Sie ist halt einfach so. Und das ist so eine Art von Charakterwesen oder als Charakter... Es gibt ja oft solche typischen Dolores Umbridge-Charaktere in Filmen oder in Serien. Die das einfach so machen, weil es ihnen Spaß macht, sage ich jetzt mal. So wie das wie Bella Trixx so ein bisschen in die Richtung. Und ich finde, da fällt es mir halt echt schwer, den Charakter nicht zu hassen. Oder ihn absolut widerlich zu finden. Und ich finde, sie ist so ein Charakter, wo ich mir denke, so hey, boah, kann die nicht einfach irgendjemand umbringen? Was ich interessant finde an ihr ist, das mit dem Patronus, dass sie trotzdem einen erzeugen konnte, weil die, wo Harry oder Hermine und Ron das Medaillon getragen haben, die konnten das einfach nicht. Und die waren auch sehr stark beeinflusst von diesem Medaillon. Und ist es jetzt wirklich Ungewissheit, die sie gerettet hat davor oder beziehungsweise geschützt hat davor? Oder ist vielleicht Dolores Umbridge doch mächtiger, als man gedacht hatte? Das sind so... Vielleicht ist es auch von beidem ein bisschen was. Ich finde das unheimlich cool, muss ich sagen. Dass sie letztendlich ihre Strafe bekommen hat für das, was sie all den Leuten angetan hat, finde ich auch richtig gut. Ich muss auch sagen, ich habe die Bücher, als ich jung war, gelesen. Und habe sie, ich glaube, zwei oder dreimal habe ich sie gelesen. Was ich seit über, sagen wir mal, sechs, sieben, acht Jahren mache, ist, dass ich die Bücher nicht mehr lese, sondern sie mir nur anhöre. Und dann hauptsächlich halt die Filme suchte, auch wenn ich finde, dass in den Filmen fast die Hälfte abgeht. Ich habe aber den Umstand vergessen, tatsächlich, dass sie diejenige war, die die Dementoren auf Harry gehetzt hat. Ich bin jahrelang davon ausgegangen, dass es Fatsch war, um ihn loszuwerden. Oder vielleicht sogar Lord Voldemort. Nee, ich glaube, Lord Voldemort habe ich gedacht, dass er es war, um ihn halt eben loszuwerden oder so. In die Art. Aber es war halt tatsächlich Dolores Umbridge, die das auch noch offen vor Harry zugibt. Und das finde ich halt so krass. Ich meine, dass Lord Voldemort ihn tot sehen will, das hat ja seinen Grund. Und er schreckt ja auch vor nichts zurück. Er hat ja auch schon gemordet, hat seine Seele zerstückelt. Also da überrascht es mich nicht, dass ein erwachsender Mann ein Kind und ein minderjähriges Kind umringen will. Fatsch hat Angst um seine Position, um seine Machtposition, vielleicht auch Angst um eine Massenpanik. Allgemein Angst vor Voldemort und davor, dass die Zeiten, wo er an der Macht war, zurückkommen. Selbst das kann ich noch irgendwo verstehen, sage ich jetzt mal. Ich würde aber Fatsch halt zum Beispiel niemals, also Fatsch hätte niemals Harry umgebracht. Fatsch hätte auch, das habe ich dann auch später erkannt, Fatsch hätte auch niemals Harry, die Dementoren auf den Hals gehetzt, dass ihm was passiert oder in Asker waren gesperrt oder irgendwie sowas. Ihn von der magischen Gemeinde auszuschließen, ist eher sein Stil. Das hat man ja dann auch gesehen, als er dann vor Gericht stand. Deswegen finde ich das so bei Dolores Abrich eben so heftig, dass dieser erwachsene Mensch mehr oder minder dafür sorgen wollte, dass dieser minderjährige Junge stirbt. Und das finde ich einfach so krass, wie sie da abgeht. Ich meine, wir reden hier über ein Menschenleben, über ein Kind wohlgemerkt auch noch. Und da hört bei mir einfach irgendwo das Verständnis auf. Sie wurde ja, also ich vermute mal, dass sie in Asker waren selber jetzt sitzt. Weil es ja auch heißt eingesperrt, es steht jetzt nicht da in Asker waren, aber ich vermute, dass es in Asker waren war. Ich fand, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das in Büchern auch so war, aber in dem Film wird ja eher mehr oder minder so dargestellt, dass Mr. Filch ja so vielleicht ein bisschen verschossen ist in sie. Das fand ich eigentlich total süß. Wenn sie nicht so ein Monstrum gewesen wäre, hätte ich mir sogar für ihn und für sie gewünscht, dass die beiden zusammenkommen. Ich weiß nicht, wie es da auch so gegangen ist. Können Sie das ja gerne in die Kommentare schreiben. Und mir möchte ich zu diesem Menschen noch nichts sagen. Ich mache deswegen weiter mit Voldemort. Voldemort wird nicht als Geist auf der Welt bleiben, obwohl er den Tod fürchtet. Er hat seine Seele derart verstümmelt, dass sie für immer verkrüppelt bleiben wird, so wie sie Harry im 35. Kapitel begegnet ist. Ist nie auf die magische Qualität des Steinen der Auferstehung gestoßen, als er ihn am Ring am Finger trug, weil der Stein nur aktiv wird, wenn man ihn dreimal in den Händen dreht. Hat niemanden geliebt. Hat immer nur sich selbst und die Macht geliebt. Hat es immer weniger geschafft, sein Gedächtnis vor Harry zu verschließen, weil er die Kontrolle oft verlor. Ist mit Harry weit entfernt über die Preville-Brüder verwandt, wie letztendlich alle Zaubererfamilien irgendwie miteinander verwandt sind, wenn man ihre Stammbäume über etliche Jahrhunderte zurückverfolgt. Hat als Horcrux Morde folgendes... Hat als Horcrux Morde folgende genutzt. Und dann ist da noch so ein Link. Ohne Momento. Der erste Mord war die maulende Myrthe, eine muggelstämmige Mitschülerin, getötet vom Basilisken. Tom Riddles Senior, Tom Riddles Vater, also Voldemores Vater. Thomas Riddles und Mary Riddles, Tom Riddles Muggelgroßeltern, väterlicherseits. Hepzibah Smith, eine reiche Kunstsammlerin, ermordet er kurz nach der Beendung der Schule. Während der ersten Steckenschaft. Dorcas Meadows, Mitglied des Ersten Orden des Phönix, Lily und James Potter. Kurz vor und nach seiner Wiedergeburt, Bertha Johnkins, Angestellte im Zaubereiministerium, für magische Spiele und Sportarten. Frankie Bryce, Gärtner des ehemaligen Riddle-Anwesenden, Little Hangleton. Cedric Diggory, störender Anwesender, wurde von Peter Pettigrew mit Voldemores Zauberstab getötet. Achso, das waren nur die ganz normalen Morde. Ich lese einfach noch die anderen vor und dann die Horcrux-Morde. Während der zweiten Steckensherrschaft war es Amelia Bones, die Richterin im Zaubereiministerium und Tante von Suzanne Jones, Charity Burbage, Lehrerin für Muggelkunde in Hogwarts, Alistair Moody, Mitglied im Orden des Phönix und ehemaliger Aurora, Gregorowitsch und eine unbekannte, deutsch sprechende Frau mit ihren Kindern, Gellert Grindelwald, ein böser Zauberer und ehemaliger Freund von Albus Dumbledore, ein Kobold und weitere Anwesende, als ihm die Nachricht vom Einbruch bei Gwingwards überbracht wurde, Severus Snape, vermeintlicher Todesser, und ehemaliger Schulleiter von Hogwarts wird auf Voldemorts Befehl hin von der Schlange Nagini totgebissen. Jetzt kommen die Horcrux-Morde. Das Tagebuch wurde erschaffen durch den Mord an der maulenden Myrte, der Goldring der Gaunz durch den Mord an Tom Riddle Senior, Hufflepuffs Trinkpokal durch den Mord an Hepzibus Smith, Slytherins Medaillon durch den Mord an einen Mugellandstreicher, Ravenclaw's Diadem durch den Mord einem albanischen Kleinbauer, Nagini durch den Mord an Bertha Jenkins. Anmerkung Voldemorts siebtener, versehentlich erstellter Horcrux, nämlich Harry Potter selbst, kam durch die vollgezogene Morde an Harrys Eltern, James und Lily, zustande, die Voldemort selbst aber nicht als Horcrux-Morde geplant hatte. Der achte Teil seiner verstümmelten Seele war immer noch in Voldemort selbst. Tom Riddle oder auch Lord Voldemort genannt. Es gibt so viel zu sagen und irgendwie auch nichts zu sagen über diesen Charakter. Seine Mutter war das kann man eigentlich so nicht sagen. Voldemorts Familie stammt ja von Salazar Slytherin ab. Sie sind die Nachkommen von ihm. Salazar hat ja schon früher, als sie Hogwarts erschaffen haben, angeeckt bei den dreien. Er wollte eine strengere Auswahl. Ob er tatsächlich eine strengere Auswahl wollte, weil er nur der Meinung war, war das nur Zaubererfamilien die Ehre haben, Hogwarts zu besuchen oder es einen anderen Grund gab, das weiß ich nicht. Ich habe das in zwei Fanfictions mal in einer Review erwähnt. Ich habe mal eine Tom Ione Fanfiction gelesen, also diesmal nicht fertig, aber Teil 1 und 2 habe ich schon gelesen. in der reist Hermine zurück in der Zeit und trifft mehr oder minder den jungen Tom in der Schule. Und weil es ja eine Tom Ione Geschichte ist, kommen die auch zusammen und so und die planen, also die planen nicht, aber sie reden halt auch so ein bisschen darüber und er offenbart ja halt auch, dass er Salazars Nachkomme ist und etc. und so. Und das Gespräch geht eben auch Salazar zurück zwischen den beiden und die Autorin hat das so geschrieben, dass Hermine sagt, ja sie weiß nicht, ob das wirklich Salazars Ziel war. Was ist, wenn Salazar nur wollte, dass magische Familien auf Hogwarts gehen, weil man muss ja wie Muggelfamilien immer mit einweihen. Es kann ja nicht einfach das Kind irgendwo auf eine Schule gehen, ohne dass zum Beispiel die Eltern das wissen. Und je mehr Muggelkinder eben nach Hogwarts gehen, desto mehr Muggel wissen Bescheid und desto weniger kann man dieses Geheimnis hüten. Und vielleicht, die sagt halt eben, was ist, wenn Salazar Slytherin eigentlich nur darum ging. Und das finde ich ganz interessant. Ich glaube nicht, dass das J.K. Rowlings Ziel war, bestimmt nicht, weil er ist ja mehr oder minder an Hitler angelehnt, genauso wie Gellert Grindelwald. Die Beweggründe von Hitler waren, ja keine Ahnung, was die Beweggründe von den anderen beiden sind, ja ich weiß es doch auch nicht. Aber ich finde den Gedankenansatz richtig gut. Das könnte man ja mehr oder minder so sehen, dass er vielleicht einfach nur wollte, dass dieses Geheimnis mehr geheim bleibt und man nicht so viele Muggel einweihen muss. Man kann ja dadurch, dass Salazar Slytherin ja auch vor Urzeiten gelebt hat, auch nicht mehr nachvollziehen, was genau war. Vielleicht ist auch vieles einfach nur Hörensagen gewesen und Gerüchte und sowas. Das ist ja bei uns genauso. Je länger etwas in der Zeit zurückliegt, desto weniger weiß man darüber. Einfach weil es nicht aufgeschrieben worden ist, man diese Menschen auch selber nicht mehr befragen kann und so. Und ich denke, dass es vielleicht bei Salazar vielleicht eh nicht so war. Und wenn er genauso wäre wie die anderen drei, dann wäre es ja auch irgendwo langweilig geworden in der Geschichte. Also vielleicht musste er ja auch so sein, man weiß es nicht. Aber ich denke, dass die Familie Gaunt, die eben halt von Salazar abstammt und die Nachkommen sind, vielleicht nur das als Hinterhand hatten und daran festgehalten haben. Der Vater von, also der Opa von Lord Voldemort war ja ein sehr strenger Mann, der die Mutter von Voldemort sehr stark unterdrückt hat und mit den Muggeln nichts zu tun hatte. Er war in meinen Augen ein ziemlich widerlicher Kerl, aber irgendwo hat er mir auch sehr leid getan. Und sie hatte ja sowieso keine schöne Kindheit, kein schönes Leben in meinen Augen. Sie wurde sehr viel unterdrückt. Also sie hat die Mutter von ihr, also die Mutter von Voldemort hat mir einfach unheimlich leid getan. Ich glaube Merope oder ich weiß nicht, wie man es in Englisch richtig ausspricht. Also Merope Gaunt war ja in Tom Riddle Senior verliebt oder Junior damals, weiß ich jetzt gar nicht, ich glaube Senior war der Vater und dann kam eben der Junior oder irgendwie sowas halt und verabreichte ihn ja diesen Liebestrank und dadurch verliebte er sich ja mehr oder minder in sie, also die falsche Liebe und erzeugten sie ja eben Lord Voldemort, was einer der Gründe sein soll, warum er keine Liebe empfinden kann. Ich finde es auch ganz interessant, dass bei Lord Voldemort steht, dass er nie jemanden geliebt hat und immer nur die Macht liebte. Ich bin mir nicht sicher, also er hat ja im achten Buch, das wird ja von vielen nicht anerkannt, hat er ja ein Kind gezeugt, mehrere Münder, da kommt es ja raus, dass er mit Velatrix ein Kind hatte. Ich weiß, dass man Kinder zeugen kann, ohne den Menschen zu lieben, aber ich finde das schon ganz interessant, dass er zumindest dafür fähig war, das hätte ich mir auch nicht zugetraut, also für körperliche, ich nenne es mal Gelüste, also dass er das irgendwie zustande gebracht hat. Eigentlich müsste man Lord Voldemort bemitleiden, in meinen Augen. Es ist eigentlich eh nicht so wie Harry es ihm sagt, die haben ja so einen Kampf, so einen geistigen Kampf in sich und er sagt ja, du tust mir leid, denn du wirst das niemals verstehen und ich finde, das ist eigentlich tatsächlich so, wie es Harry gesagt hat, er wird niemals den Sinn von Freundschaft, von Liebe, von Loyalität oder irgendwie sowas zu schätzen wissen oder kennenlernen, einfach weil er das gar nicht hat und vielleicht auch gar keinen Wert darauf legt. was ich interessant an ihm finde ist, dass er so viele Parallelen zu Harry hat, beide Waisenkinder, beide aufgewachsen, untermuggeln, beide ausgeschlossen, mehr oder minder von ihren, ich sag Anführungszeichen Familien, bei Harry war es ja die Dursleys und bei ihm war es mehr oder minder aus dem Waisenhaus, beide haben Hogwarts als ihr Zuhause bezeichnet und wollten da gar nicht weg und oftmals stellt ja Harry zum Beispiel die gleichen Fragen oder die gleichen Sachen, wie Tom sie früher auch gestellt hat und das finde ich eigentlich ganz interessant, diese Parallelen zwischen den beiden, das ist wie so eine Medaille, die man hin und her drehen kann. Jetzt schau ich nochmal ganz kurz was ich bei den Filmen unheimlich schade finde, wirklich unheimlich schade finde, ist wie sie den Tod von Lord Voldemort dargestellt haben, er ist ja mehr oder minder zerfleddert, Infinity Wars von Avenger like und in den Büchern ist er einfach tot umgefallen, wie ein ganz normaler Mensch, was er ja auch war, er war ja nichts besonderes. Das finde ich irgendwo schade, dass er das so anders dargestellt haben. Das macht das Ganze irgendwie kaputt, weil so ist er mehr oder minder zerbröselt, so als hätte Harry ihn irgendwie pulverisiert, was ja gar nicht Harrys Art war, weil Harry macht ja nur Expelliarmus und das entwaffnet nur einen. Deswegen finde ich das eigentlich total schade, dass er das so dargestellt hat. Ich meine, es sah cool aus, braucht man nicht düngen, aber der Sinn und Zweck dahinter geht irgendwo flöten. Ich finde es auch schade, dass er in den Filmen keine roten Augen hatte. Ich glaube, das hätte ihn nochmal ganz anders unheimlich aussehen lassen. Ich mache weiter mit die Weasleys. Arthur Weasley schafft es tatsächlich, das fliegende Motorrad von Sirius zu reparieren. Er gibt es anschließend an Harry weiter. Arthur Weasley sollte in Band 5 sterben, aber die Autorin hat sich umentschieden, weil sie ihn später noch brauchte und weil sie es nicht ertragen hätte, ihn sterben zu lassen und weil Ron sonst zwangsläufig viel schneller erwachsen geworden wäre und Harry damit ähnlicher geworden wäre. Stattdessen hat sie sich für einen anderen Vater entschieden. Ja, der andere Vater war in dem Fall Lupin. Arthur Weasley selber ist ein so ein zuckersüßer Mann. Ich liebe Arthur Weasley. Er ist einfach so lustig und nicht nur lustig, er ist wirklich urkomisch und so liebenswert und so ein netter Mensch. Ich mag ihn. Also, ich glaube, es gibt fast, ich kann mir echt nicht vorstellen, dass es irgendjemanden gibt im Fanbase, der sagt, er mag nicht Arthur Weasley. Den muss man, finde ich, meiner Meinung nach, lieben. Ich finde, die Art und, also, Arthur arbeitet ja auch im Ministerium, in einer Abteilung, die mehr oder minder belächelt wird und auch nicht gut bezahlt wird. Ich finde es aber trotzdem schön, was für eine Leidenschaft er in seinem Job arbeitet und dass er eigentlich gar nicht so darauf versessen ist, ihm aufzusteigen und großartig viel Geld zu verdienen. Das ist Arthur nicht wichtig und das, finde ich, macht ihn auch charakterlich zu einem sehr tollen Charakter. Also, auch zu einem sehr tollen Menschen, weil er einfach daraus scheißt, was andere sagen. Ich finde es schade, wieder in den Filmen. Im zweiten Buch, als Harry eben die Weasleys besucht und sie gemeinsam eben durch den Kamin flohen und in die Winkelgasse reisen, damit trifft ja Arthur Weasley auf Lucius Malfoy in der Bücherhandlung und erst werfen sich ja die Kindergemeinheiten an den Kopf, dann kommen die Erwachsene dazu, eben die zwei und die werfen sich auch unschöne Sachen an den Kopf und dann fotzen sie sich einfach im Buchladen. Also, da sieht man auch sehr gut, dass Lucius Malfoy in den Büchern ganz anders dargestellt wird, wie in den Filmen. Ich finde den Schauspieler, den Isaac, den der Lucius gespielt hat, unheimlich cool. Er hat diese snobistische Art von Lucius, so wie ich ihn mir eigentlich vorstelle, so gut rübergebracht. Aber dieser kleine Teil, dass die beiden sich einfach in diesem Buchladen fotzen, das finde ich so cool und ich finde es auch so schade, dass man das nicht gesehen hat. Ich hätte es so gern gesehen wie Arthur Weasley und Lucius sich einfach gegenseitig auf die Fresse hauen. Ich glaube, das wäre sehr lustig geworden. Dass er im fünften Band sterben sollte und J.K. Rowling sich dagegen entschieden hat, weil Ron dann hätte Harry zu ähnlich geworden wie er finde ich eigentlich auch ganz interessant. Ich hätte das gern gesehen irgendwo auf der einen Seite, weil ich mir Ron Erwachsene überhaupt nicht vorstellen kann. Das ist für mich eigentlich unmöglich. Für mich bleibt ja immer so eine Torfnase, ist. Andererseits freue ich mich natürlich total, dass Arthur noch am Leben ist, wobei ich sehr um Lupin Trauer. Weiter geht's mit Bill. Bill und seine Frau Fleur haben drei Kinder, Victoria, Dominique und Louise. Genau, Victoria war das die mit Tonks Ted, nee, Ted Toks, nee, Ted Lupin, so heißt er. Das war die Tochter. Ja, mehr erfährt man tatsächlich über Bill und Fleur gar nicht. Also, Fleur kommt dir sowieso gar nicht vor, es ist nur Bill. Sie haben halt drei Kinder. Das war's. Bei Charlie steht heiratet nicht und hat keine Kinder. Finde ich ehrlich gesagt unheimlich schade. ist das gleiche Thema wie bei Hackwood, es geht nicht immer um Liebe und Kinder und Familie und sowas, aber finde ich unheimlich schade, dass er der Einzige ist von den Weasleys, der keine Kinder hat. Da hätte man auch jemand anderen nehmen können, finde ich zumindest. Dann kommt George, wird wohl nie ganz über den Tod seines Zwillingsbruders Fred hinweg kommen. Er und Angelina nennen ihren ersten Sohn nach ihm. Könnte sich theoretisch ein magisches Ohr zulegen, wird dies aber eher nicht tun und sich mit dem Loch am Kopf arrangieren. Heiratet Angelina Johnson und hat mit ihr den Sohn Fred und eine Tochter namens Roxanne. Oder war es doch Roxanne? Ich weiß nicht mehr. Irgendeiner von denen auf ihn verknutscht mit Ted Lupin rum. Bei George ist eigentlich genau das gleiche Thema wie bei Angelina, was dass die beiden zusammengekommen sind, weil Angelina war ja eigentlich die Freundin von Fred. Das weiß man natürlich nicht, haben sie sich in der Trauer gefunden oder so. Schließlich waren sie ja auch alle drei Freunde irgendwo. Aber andererseits denke ich mir, sie hat einfach Fred ersetzt durch George und ich hab da persönlich echt ein Problem damit irgendwo. Aber ich find's total süß, dass sie den Sohn Fred genannt haben. Ich weiß, dass das ja im Fandom von Harry Potter mehr oder minder als Witz genommen wird, dass die Kinder von Harry alle nach seinen Freunden oder seinen Eltern benannt worden sind und nicht nach Ginny's Familie, die halt auch vielleicht jemanden verloren hat, nämlich in dem Fall Fred, wo ich Ben wird doch Ginny nicht so unscharmant sein und sagen, ja, übrigens George, ich nenne mein Kind jetzt einfach Fred, nicht du, du hast nicht die Ehre, dass du dein Zwilling, dein zweites Ich, dass du verloren hast, dass du ihm die Ehre erweist, indem dein Kind Fred nennst, nee, das mache ich. Das finde ich gar nicht Ginny's Art. Ginny ist auch tatsächlich als glänzende Quidditch-Spielerin der Holy Head Harpies. Danach beschränkt sie sich auf eine Tätigkeit als Quidditch-Korrespondentin beim Tagespropheten, um mehr Zeit für ihre und Harrys Kinder James Sirius, Iris Severus und Lily Luna zu haben. Bei Ginny kann ich es mir richtig gut vorstellen, sie als Quidditch-Spielerin, das geht richtig gut. Ich hätte mir sie auch als Fluchbücherin oder irgendwie sowas in der Richtung vorstellen können, ich finde, sie würde auch eine ziemlich gute Autorohren abgeben, die Ginny. Sie wird ja in den Filmen leider als eine ganz andere Person dargestellt, in meinen Augen. Ginny ist eigentlich sehr tough, die geht einfach und also ihre Brüder haben halt immer Quidditch gespielt im Garten mit ihren Besen und weil sie das Mädchen war und die kleine Schwester war, durfte sie nie mitspielen und anstatt ich sag jetzt mal heulen zur Mama zu rennen oder heulen in ihr Zimmer zu rennen oder allgemein beleidigt zu sein, deswegen, mein beleidigt war sie bestimmt, aber anstatt halt irgendwie emotional darauf zu reagieren oder mit ihren Brüdern zu streiten, ist sie halt heimlich zu diesem Schuppen gegangen, hat das Schloss mehr oder minder aufgebrochen, hat sich im Besen geschnappt und hat immer heimlich Fliegen geübt oder Quidditch spielen geübt und ich finde, da zeigt sich so ein bisschen ihr Charakter. Ich finde auch der erste Kuss von Harry und Ginny so versaut in den Filmen, also es tut mir leid, die haben das einfach nicht hingekriegt, das schön darzustellen, wie Harry die Augen schließt, sie aus diesem Bild weg, also aus dem Bildkasten verschwindet und dann wiederkommt und ihn küsst. Ich habe damit echt persönlich meine Probleme, weil in den Büchern ist es so, dass Harry irgendwann erkennt im sechsten Jahr, dass er eigentlich voll verknallt ist in sie, er wird auch mega eifersüchtig und er macht sich ständig Gedanken, was mit Ron ist, nicht, dass Ron ihn beleidigt wäre, ihm böse wäre, nicht mehr mit ihm reden würde, weil es ist ja seine kleine Schwester, er macht sich da voll die Gedanken drüber und dann gewinnen die das Spiel und den Hauspokal und jubeln alle im Gemeinschaftsraum und Ginny kommt mehr oder minder auf ihn zu und er packt sie und dann in dem Moment ist einfach alles scheißegal und er packt sie und küsst sie einfach und plötzlich ist so still in dem Raum und alle glotzen nur und Ron, also sein erster Blick geht halt zu Ron rüber und der zuckt halt mit den Schultern, während Hermine sich neben ihm voll freut und das ist so eine schöne Szene gewesen, im Buch beschrieben und die haben das in den Filmen einfach nicht hingekriegt, auch mit diesem machst du mir mal das Kleid zu, oh Harry, deine Schuhe sind offen, wo ich mir denke, so boah, halt doch einfach deine Fresse, halt einfach deinen Maul, was ist das, Ginny ist doch so eine Puppe in diesem Film, das ist schrecklich, schrecklich, ich finde auch schade, dass das nicht richtig schön gezeigt wird, wie sie eigentlich voll abgeht wegen Fleur, nachdem Fleur mit Bill zusammenkommt und wie sie den ganzen Sommer über oder das ganze Jahr über Schleim nennt und voll über sie herzieht und es geht so viel Ginny verloren in den Filmen, ich verstehe es, wenn jemand nur die Filme geguckt hat und sagt, er versteht nicht genau, was Harry an ihr findet und warum die beiden zusammenkommen, hätte er lieber mit Hermine zusammenkommen sollen, ich verstehe das, wenn ein Film-only-Gucker sagt, ja, ich, keine Ahnung, ich sehe die beiden nicht als Pärchen, aber in den Büchern sieht man es viel, viel mehr und Ginny ist auch zum Beispiel diejenige, die Harry mehr oder minder auf dem Boden der Tatsachen zurückholt, das ist glaube ich im fünften Teil gewesen, wo er ja auch so von, ich sag jetzt mal, Lord Voldemort ein bisschen influiert war, weil er ständig in seinem Kopf rumgespuckt hat und diese Verbindung genutzt hat und Dumbledore mehr oder minder alles vor ihm geheim gehalten hat und dann ist auch noch Hermine und Ron zu Vertrauensschülern geworden und keiner hat wirklich was Harry erzählt, er sitzt den ganzen Sommer bei den Dursleys und wartet auf Nachrichten, auf Todesnachrichten, er weiß nicht, geht es seinen Freunden gut, geht es Hogwarts gut, geht es seinen Mitschülern gut, er wartet und sitzt da heimlich im Garten und hört die Nachrichten von den Dursleys, weil sie ihn ja auch nicht mal gucken lassen, Nachrichten und keiner schreibt dir mal einen Brief so von wegen, du betreffen uns, Orden des Phönix, bla bla bla, ist das alles in Ordnung, mach dir keine Gedanken, er wird in nichts einbezogen und ich verstehe ihn, er flippt halt voll aus dem Zimmer, er ist mega sauer auf seine Freunde, da ist eine Hermine da, da ist ein Ron da, da ist eine Ginny da und er tickt aus und das Ganze artet so ein bisschen aus, Hermine und Ron sagen, ja wir wollten dir ja sagen, aber du gehst uns seit Tagen aus dem Weg, also Harry hat sich auch so ein bisschen zurückgezogen dann, weil er halt eben so so viele Gefühle in sich gesammelt hat und einfach keinen Bock mehr auf die hatte oder gar nicht damit umgehen konnte und einfach nur wütend war und Ginny sitzt da und sagt halt mehr oder minder, nachdem er halt auch zugibt, dass mit Lord Voldemort und seinen Verbindungen und so, ja warum hast du denn nichts gesagt? Ich bin diejenige, die am besten weiß, wie es ist, wenn man von Lord Voldemort besessen ist, weil Harry hat halt Angst, dass er besessen ist, bla 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 etc. Das erzählt er ja alles so in seinem wütenden Drang und sie sitzt halt da und sagt, ja warum sagst du denn nichts? Ich kann dir am besten sagen, wie es ist, wenn man von Lord Voldemort besessen ist. Hast du das und das und das? Ja, ich war von ihm besessen, so nach dem Motto, ich war es, ich kann dir das sagen, aber du vertraust uns mehr oder minder nicht, du ziehst dich zurück und so und Harry steht da und sagt halt nur so, also sie holt ihn da mehr oder minder so aus seiner Blase raus und in seiner Wutblase, die er sich so angesammelt hat und dann wacht er so auf und sagt so, ach ja, das habe ich vergessen, dass du besessen warst so mehr oder minder. Also er sagt, er hat es vergessen und sie sagt halt zu ihm, ja du glücklicher, dass du, also mehr oder minder, du glücklicher, dass du das vergessen kannst, weil ich kann es wahrscheinlich ein Leben lang nicht vergessen, dass Lord Voldemort Besitz von mir ergriffen hatte und das sind, finde ich, solche wichtigen Momente, die einfach zeigen, wie Ginny gut zu Harry passt, weil sie holt ihn wirklich auf den Boden der Tatsachen zurück. So. Jetzt mache ich aber weiter, bevor ich mich aufrege. Die nächste ist Molly. Das ausgerechnet die mütterliche Molly Weasley aus Mutterliebe, die Voldemort-hörige Bellatrix-like-Strange-tötet, war von der Aurore, äh, ja, von der Aurore, von der Autorin lange geplant. Jetzt habe ich ja bei Bellatrix schon gesagt, aber ich sage es gerne nochmal. Molly Weasley, unsere liebe, süße, nette Molly Weasley, stellt sich Bellatrix in den Weg und sagt, nicht meine Tochter, du Schlampe. Und das finde ich so geil, echt. Allgemein, ich liebe Molly, diese, genauso wie Afer, finde ich, Charaktere, die man einfach lieben muss. Ich finde es auch so schön, ähm, in, ich finde in den, ja, wie gesagt, ich liebe eigentlich die Filme, aber ich rede nur schlecht über die Filme einfach, weil sie so viel weggelassen haben oder auch verändert haben. Aber hier nochmal, in den Filmen wird das anders dargestellt. Die diskutieren als Orden des Phönix am Tisch miteinander und, ähm, Molly und Sirius haben voll den Streit miteinander. Ähm, sie werfen sich gegenseitig Sachen an den Kopf, so nach dem Motto, äh, Molly sagt, du kannst ihn nicht behandeln, als wäre James. Er ist nicht James, er ist nur ein Kind und er wirft dir halt vor, äh, ich muss so viel husten, Entschuldigung, ähm, und er wirft dir halt vor, ja, er ist aber auch nicht dein Sohn, ja, und sie sagt halt, ja, aber er ist so gut wie er mein Sohn und das, diese Szene treibt Mia und Harry die Tränen in die Augen, weil es einfach so süß ist von Molly, wie sie sich da hinstellt und dieses mutterlose Kind einfach die Mutter, der Muttersatz ist und seien wir ehrlich, das ist sie von Anfang an gewesen, ich meine, Lily ist tot und sie war da für Harry die ganzen Jahre über und auch noch danach rüber und dann heiratet er ja auch noch Ginny und dann wird sie seine Schwiegermutter und, also Molly Weasley ist einfach die Mutter von Harry Potter, da, da könnt ihr schreiben, was ihr wollt in die Kommentare, das ist für mich so, sie ist die Mutter von Harry und sie kümmert sich um ihn und ich finde das so schön, wie sie sagt, aber er ist so gut wie mein Sohn. Ich mache weiter mit Percy, macht dank seiner veränderten Einstellung unter Kingsley Shacklebolt Karriere im Ministerium und erreicht eine hohe Position. Mit seiner Frau Audrey hat er die Töchter Molly und Lucy. Ja, Percy, ich finde es ganz interessant, als Harry will es zum ersten Mal kennenlernen, steht im Buch geschrieben, dass er sich jemanden vorgestellt hat wie Percy. Er dachte, Bill wäre wie Percy, weil Bill war ja auch wie Percy Vertrauensschüler, Schulsprecher, das was halt eben Percy in dem Jahr eben auch war. Er lernt aber Bill kennen und wird, und beschreibt Bill einfach nur als cool. Bill ist einfach cool. und ich würde sagen, dass Hermine und Percy sich am besten verstehen. Sie haben ziemlich viele Gemeinsamkeiten. Percy ist ja jemand, der strikt auf Regeln achtet und stolz auf seine Errungenschaften sind und sich auch sehr viel darauf einbildet. Ich finde, das macht Percy nicht zu einem schlechten Menschen, wenn er versessen drauf ist, dass man die Regeln einhält, dass man respektvoll gegen Respektspersonen ist, dass er mehr oder minder auf diese Vorschriften pocht. Das macht ihn nicht zu einem schlechten Menschen. Das ist einfach sein Teil, ein Teil seiner Persönlichkeit. Viele würden sagen, er hat einen Stockenarsch, vielleicht ist es ja auch so, vielleicht hat er den ja auch wirklich, ich weiß es nicht. Ich finde es nicht schlimm, dass Percy so ist. Das will ich eigentlich damit sagen. Ich finde es nicht schlimm. Ich mag ihn für seine Art und Weise, denn nicht jeder ist gleich und es sollte auch nicht jeder gleich sein. Ich finde es auch nicht schlimm, dass er nachdem er im Ministerium angefangen hat zu arbeiten, die Unterböden, Dicke der Töpfe wichtig fand. Also das ist auch nicht unbedingt ein Thema, das mich jetzt interessieren würde, aber ich würde ihm, weil ich weiß, also wenn ich jetzt zum Beispiel einer seiner Geschwister gewesen wäre oder seine Mutter gewesen wäre oder einer seiner Mitschüler gewesen wäre und er mir das erzählen würde, würde ich trotzdem interessiert zuhören, weil ich weiß, es interessiert ihn. Es ist ihm wichtig und deswegen hätte ich das Verständnis dafür und würde ihm dazuhören, egal ob mich das Thema brennend interessiert oder nicht. und Percy ist ja jemand, ist ja derjenige der Weasleys, der der Familie mehr oder minder den Rücken zukehrt, nachdem eben das mit Harry und Lord Voldemort bekannt wird und dem fünften Teil, der ja verlanget wird von Fudge und immer mehr zieht sich Percy aus der Familie zurück und kann dem Ganzen nicht mehr oder will dem Ganzen nicht mehr ja, ich kann leider gar nicht sagen, was seine Beweggründe waren, auf jeden Fall verlässt er mir oder minder die Familie nach und nach, weil er auf der Seite von Fudge steht. Und im letzten Buch ist es aber so, dass Percy mehr oder minder zurückkehrt zur Familie und es wird auch nicht in den Filmen gezeigt, als erstes mal, wie er die Familie verlässt und zweitens, wie er zurückkommt, wenn denn sie kämpfen in der Schlacht miteinander, er und Fred Seite an Seite, Rücken an Rücken und Percy trifft den neuen Minister und sie kämpfen miteinander und er sagt, wissen Sie was, Minister? Ich kündige! Oder macht irgendeinen anderen dämlichen Witz und Fred sagt so, boah, Percy, scherzt du etwa? Ich habe dich schon lange nicht mehr scherzen, gehört seitdem und dann explodiert halt die Wand und Percy wird leicht verletzt und Fred stirbt. Das ist eigentlich Freds Toder-Szene. Und das wird... Boah, jetzt reicht's aber. Das wird in den Filmen nicht gezeigt und das finde ich so schade. Es wird ja schon gezeigt oder angedeutet, dass Percy nicht auf der Seite der Weasley steht. Aber es wird einfach nicht gezeigt, wie er zurückkommt und wie die Familie eigentlich sich darüber freut. Die Familie wieder einen Sohn gewinnt und im gleichen Atemzug einen Sohn verliert und das macht das Ganze so traurig. Auch wie Fred sagt, Percy, machst du etwa Witze? Also Percy ist ja eigentlich jemand, der keine Scherze oder Witze reißt, dem ganzen Buch über nicht und voll die ernste Person ist und dann einfach der Witze rausreißt gegenüber dem Minister. Und er auch wirklich so überrascht ist und sagt, Percy, machst du etwa Witze? Ich hab dich... Du hast keine Witze mehr gerissen seit und man erfährt einfach gar nicht seit wann oder weswegen oder man erfährt das nicht, weil Fred stirbt. Und dann ist es einfach... Ja, dann ist was anderes wichtig. Der nächste ist Ron, heiratet Hermina und hat zwei Kinder mit ihr, Tochter Rose und Sohn Hugo. Ron habe ich ja schon drangenommen, weil die drei Hauptpersonen waren ganz oben in der Liste. Es tut mir echt leid, ich muss so viel lusten. Ja. Aber selbst hier unten steht nicht mehr bei Ron drin wie oben. Also ich weiß nicht, wer es nicht angehört hat. Ich glaube, das war Advents-Special 1, also erster Advents-Special. Weil die ganze... Ich lese das ja aus Harry-Potter-Fandom-Wiki-Form und es ist so in Stichpunkten aufgeführt und Hermine und Harry haben voll viele Stichpunkte. Fünf, sechs, sieben, acht Stück lass es sein und Ron hat ganze zwei. Nämlich, dass er Hermine heiratet und dass er im Zaubererladen arbeitet mit seinem Bruder zusammen und mehr gibt es nicht über Ron zu sagen. Fertig, raus. Und deswegen werde ich ihn jetzt einfach skippen. Da steht es Victorin oder Victoria? Ich weiß leider nicht, wie man diesen Namen ausspricht. Victoria oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich muss nachgucken. Moment. Der müsste ja eigentlich Französisch sein. Victor. Victor. So. Ist die... äh... äh... Victoria, die mit Ted Lupin knutscht, ist die älteste Tochter von Bill und Fleur. Sie heißt Victor, weil sie am 2.05.2000, dem Jahrestag der siegereichen Schlacht in Hogwarts geboren wurde. 2000. Kann das stimmen? Aber ist die siegereiche Schlacht nicht, äh... Ich muss überlegen, 1998 gewesen? Vielleicht stimmt die Jahreszahl nicht. Bin mir jetzt nicht sicher. Sie ist auf jeden Fall diejenige, die mit Lupin knutscht. Also mit Ted Lupin, den Sohn von Lupin und Tonks. Da man überhaupt sie nichts erfährt, oder nicht allzu viel erfährt, außer dass sie das älteste Kind ist, beziehungsweise die älteste Tochter von Bill und Fleur ist, kann ich nicht viel über sie sagen. Ich find's aber wie gesagt cool, dass sie mit Ted Lupin anscheinend zusammen ist, mehr oder minder, und ihn mehr oder weniger vielleicht in naher Zukunft dann in die Familie einfach mit reinholt durch die Heirat. Die nächste ist die Hauselfe Winky arbeitet auch weiterhin in Hogwarts und trinkt nicht mehr ganz so viel Butter wie im Band 4. Hat zu den Haushelfen gehört, die sich in die Schlacht von Hogwarts gestürzt haben. Ja, Winky dürfte eigentlich nur was für die Buchleser sein, also ein Begriff sein. Ich glaub, die im... Nein, im Film kommt Winky gar nicht vor, gar nicht. Winky ist eine Elfe. Winky lernen wir Buchleser in Buch 4 kennen. Die Weasleys, Harry und Hermine sind ja auf der Weltmeisterschaft von Quidditch. Und die Todesser schließen sich an diesem Abend zusammen mit ihren Masken und lassen die Muggelwächter dieses Platzes durch die Luft schweben und machen ziemlich viel Tumult. Mr. Weasley sagt, so wie in den Büchern, so wie in den Filmen halt eben, dass sie verschwinden sollen. Sie müssen zurück zum Support-Schlüssel, sie sollen in den Wald rennen. Das machen die Kinder auch. Aber Harry, nachdem er den Wald erreicht hat, bemerkt, dass sein Zauberstart nicht da ist. Also läuft er zurück, um ihn zu suchen. Er... Das muss ich überlegen. In den Filmen sieht man ja, dass es Barty Crouch Jr., auch wenn wir nicht wissen, wie er heißt, wir sehen, dass er es ist, der erschafft das dunkle Mal am Himmel. Und jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher. Entweder hört Harry, ich glaube, Harry hört nur die Stimme von jemandem, der diesen Zauberspruch ruft. Und dann tauchen halt eben auch die Autoren auf, so wie im Film. Und Harry wird mehr oder minder erst beschuldigt, so wie es auch in den Filmen ist. Der einzige Unterschied ist, dass sie Winky finden. Sie finden Winky, die Hauselfe, mit dem Zauberstab von Harry Potter in den Händen. Mr. Barty Crouch, Senior, dessen Besitzer Winky, also der Besitzer von Winky, er ist halt der Meister von Winky, Winky ist eine Elfe, ist natürlich völlig entsetzt darüber, dass seine Elfe mehr oder minder beschuldigt wird, das dunkle Mal heraufbesparen zu haben, weil man kann durch einen Zauberspruch am Zauberspruch sehen, welcher Zauberspruch als er letztes vorgeführt wurde. Und es war halt eben der Spruch, mit dem man das dunkle Mal am Himmel erschaffen kann. Deswegen wird Winky beschuldigt. Winky sagt aber, sie war es nicht. und mehr oder minder ist es, glaube ich, Barty Crouch, Senior, auch völlig wurscht. Er sagt nur, Winky, du weißt, was das bedeutet, Kleidung. Und Winky sagt, nein, keine Kleidung. Ja, also Kleidung ist das Schlimmste auf der Welt, außer du heißt Dombie. Und das ist eigentlich Winky. Und Winky verliert mehr oder minder ihre Arbeitsstelle bei Barty Crouch und kommt durch Dumbledore und ich glaube, Dobby in Hogwarts unter. Die Hauselfen in Hogwarts zaubern, beziehungsweise kochen alle in der Küche unten in den Kerkern eben das Essen für die Schüler und kümmern sich auch so um das Putzen der Gemeinschaftsräume etc. Und Winky ist aber so untröstlich, weil sie ihren Meister ja so liebt, dass sie sich jeden Abend nur zusauft mit Alkohol. Ich finde Winky, ich hätte mir gewünscht, dass Dobby und Winky zusammenkommen. Ich glaube, die beiden hätten sich gegenseitig gut getan und ich hätte mir einfach ein schönes Ende gerade für Dobby eigentlich gewünscht. Und mehr kann ich über Winky nicht sagen. Winky war diejenige, die sich um Barty Crouch Junior gekümmert hat. Das erfährt man ja auch nicht in den Filmen. Barty Crouch Junior war ein Todesser. Das ist so wie in Harry, also Harry sieht es ja im Denkarium, dass er eben verraten wurde von Ivankov und verurteilt wurde. Er kam auch tatsächlich nach Asgaban. Die Mutter von Barty Crouch Junior aber wollte ihren Sohn da rausholen und sie hat es mit ihrem Mann eingefädelt. Sie hat einen Vielsacktrank genommen, hat sich in Barty Crouch Junior verwandelt, in den Sohn, hat mit ihm Plätze getauscht, in Asgaban, ist in Asgaban selber dann gestorben. Barty Crouch Junior wurde mit dem Imperiusfluch von seinem Vater unter Kontrolle gehalten und im Keller wurde er eingesperrt. Mathilde Hopkins hat ihn zufällig entdeckt, deswegen Barty Crouch Senior ihr Gedächtnis manipuliert hat. Deswegen ist sie auch ständig verschwunden. Er hat seinen Sohn mit zur Weltbeisterschaft genommen und Barty Crouch Junior konnte dann in Imperiusfluch aufbrechen. Er war unter einem Tarmumhang versteckt und hat Harry während dem Spiel den Zauberstab gestohlen und hat später auch Winky verzaubert, sodass er sich an nichts mehr erinnern konnte, hat dieses Mal an den Himmel gemacht und ist verschwunden. Das erfährt man alles in den Filmen nicht, aber das war sein Werdegang und danach läuft alles ähnlich ab wie in den Filmen einfach. Er kam halt zu Voldemort und dann hackten sie den Plan aus, er ging als Alistair Moody zurück an die Schule etc., brachte seinen eigenen Vater um, er versuchte Harry zu töten, wurde später entlarvt etc. Der nächste ist Wurmschwanz hat Voldemort Zauberstab damals in Godric Buffalo geholt und in seinen Meister später gebracht. Also Peter Pettigrew ist so ein Charakter ähnlich finde ich wie Dolores Ambrich und ein bisschen auch wie Filch. Das sind jetzt keine beliebten Charaktere, sie haben auch, ich sag jetzt mal, sehr eckige Persönlichkeiten, weswegen man sie weniger leiden kann, finde ich. Wurmschwanz ist so ein Charakter, ich verstehe ihn in dem Punkt, als er sagte, Lord Voldemort kam auf ihn zu, er hatte Angst, was hättest du getan Sirius und Sirius sagt ja eiskalt, ja ich hätte mich lieber umringen lassen, als meine Freunde zu verraten, aber ich verstehe Patrick oder nicht jeder Mensch ist in der Lage, sich vor einen anderen zu werfen und zu sagen, ja klar, bring mich um, statt ihn, oder weiß ich nicht, stellt euch vor, wir sind eine Menschenmenge, einer holt eine Knarre raus und will in die Menge schießen, dein Überlebensinstinkt wird dich auf den Boden werfen lassen, also du schmeißt dich auf den Boden, kauerst dich zusammen oder rennst weg, das ist dein Überlebenswille, das ist ein Reflex von uns und manche Leute, ich weiß nicht, sagen wir mal, es wird, die Waffe wird auf einen Menschen gerichtet in der Menge und alle strömen von diesem Menschen weg, dann gibt es immer einen Menschen, der sich mehr oder minder auf den Täter stürzt, das sind die Mutigen oder die Dummen, kann man nicht sehen, wie man will und dann gibt es die Beschützer, die sich zwischen die Kugel und den Menschen werfen oder versuchen den Menschen noch wegzureißen und ich verstehe, dass Pettigrew in dem Fall einfach einer der Menschen war, die weggelaufen sind, verstehe ich vollkommen, Sirius hätte sich vielleicht dazwischen geworfen oder den Angreifer sogar zu Boden gerissen, aber Pettigrew ist leider einer der Menschen, die weglaufen und ich finde, das kann man ihm nicht vorwerfen, natürlich ist es nicht die feine englische Art seine Freunde zu verraten und sie umbringen, also sie waren ja unter, also Voldemort wollte ja kein Kaffeekränzchen machen, mit denen er wollte sie ja töten, das war Peter Pettigrew eigentlich auch klar, trotzdem kann ich ihn da verstehen, ich verstehe das schon, dass er das nicht konnte in dem Moment, was ich nicht verstehe ist, was tot oder so, wobei auch das verstehe ich irgendwo nicht, klar, er wurde nee, das was ich sagen wollte, macht keinen Sinn, dass er Sirius angeklagt hat, das ist ja auch ein Schutzmechanismus gewesen von ihm, dass er seinen eigenen Tod vorgetäuscht hat, dass man ihn nicht sucht, weil Lord Voldemort hat ja seine Macht verloren in Galricolo an der Nacht, das wissen wir ja alle, was ich halt aber nicht verstehe, ist das, was danach kommt, er wird ja aufgedeckt im dritten Teil und man weiß jetzt, dass Kretze Peter Pettigrew ist, aber was danach kommt, dass er dann zu Voldemort zurückläuft, das verstehe ich nicht, ich meine, das ist natürlich, wie gesagt, nicht die feine englische Art, was er gemacht hat, er hat sie verraten, etc., aber er war ja nicht derjenige, der sie umgebracht hat, sie sind durch ihn gestorben, okay, aber er ist ja deswegen kein Mörder gewesen, er hat ja nur später, also klar, später hat er dann die Muggel umgebracht, okay, aber warum rennt er weg, warum rennt er weg, Voldemort ist ja nicht mal mehr da, ja, also zu der Zeit gilt ja Lord Voldemort immer noch als besiegt, warum rennt er zu Lord Voldemort, warum rennt er nicht zum Beispiel zu einem, der Todesser, das hätte ja noch viel mehr Sinn ergeben, als dass er nach Voldemort sucht, mehr oder minder, das verstehe ich nicht, aber ich finde es unheimlich schön, das wird auch nicht in den Filmen gezeigt, Harry entscheidet ja im dritten Buch, als sie ihn gefangen nehmen, mehr oder minder, Sirius war glaube ich bereit und auch Lupin bereit, ihn umzubringen, Harry sagt nein, mein Vater hätte nicht gewollt, dass seine Freunde zu mördern werden, wir werden ihnen den Dementoren übergeben, damit schenkt er ja Peter Pettigrew das Leben, und als sie bei Malfoy Manor dann im siebten Teil gefangen sind und ihn verließen, während Hermine da oben gefoltert wird von Bellatrix, bewacht ja Peter Pettigrew die beiden und sie versuchen ja auszubrechen und schaffen es ja auch, Peter Pettigrew will sie aufhalten, er zögert einen Moment, einen kurzen, kleinen Moment und die magische Hand, die Lord Voldemort immer schaffen hat, weil er hat sich ja die Hand abgeschnitten, damit er den seinen Körper zurückkriegt, greift Peter Pettigrew an und bringt ihn um und ich finde, das war der Moment, wo Peter Pettigrew mehr oder minder seine Schuld versucht hat zu sühnen für Harry und ich finde, bei Peter sieht man auch, dass nicht jeder, der in dem Hause Gryffindor einsortiert wird, immer der Allermutigste ist so, ich mache weiter, der nächste Punkt sind die Zauberstäbe Neville und Ron kamen mit ihren ererbten Zauberstäben während ihrer ersten Klasse in Hogwarts ganz gut zurecht, weil Zauberstäbe zwar ihre beste Leistung bei denen erbringen, die sie gewählt haben, aber auch bei deren Familienmitglieder zufriedenstellend arbeiten, haben aufgrund ihrer magischen Substanz eine Art von Empfinden, zu wem sie gehören, der Elderstab ist extrem rücksichtslos, weil für ihn nur das Recht des Stärkeren gilt. Ich finde es ganz interessant, ich meine, dass Neville nach Hogwarts kommt und den alten Zauberstab seines Vaters kriegt, vielleicht auch den alten Zauberstab seines Vaters haben wollte, weiß man ja nicht, finde ich eigentlich total schön. Warum Ron den alten Zauberstab, ich glaube, von Charlie oder von Bill, ich weiß nicht mehr von wem, bekommen hat, macht für mich wenig Sinn. Was für einen Zauberstab hat dann bitte Bill und Charlie? Weil du gehst ja nicht jedes Jahr nach Hogwarts und kaufst dir einen neuen Zauberstab, du kriegst ja mehr oder minder einen Zauberstab für dein Leben. Der sucht dich aus, das ist dein Zauberstab, Ende im Gelände. Also warum hat er dann einen alten Zauberstab von Bill, Charlie oder wie sie alle heißen? Wieso? Das macht gar keinen Sinn. Wieso benutzt Charlie den nicht? Oder ist das auch ein Familienerbstück und eigentlich von jemand anderem? Dann wird es wieder Sinn ergeben. Aber dann wird es doch heißen, das ist ein alter Familienzauberstab, oder? Das macht für mich einfach in keinster Weise Sinn. Das mit dem Elderstab ist auch so eine Art und Weise. In den Filmen am Ende, als Harry diesen Zauberstab in der Hand hält und es mehr oder minder beenden will, zerknickt er ihn einfach mal schön in der Mitte und schmeißt ihn einfach weg. Glaubt es mir oder glaubt es mich, das ganze Video über sage ich es ja, in den Büchern ist es anders. In den Büchern ist es so, Harry ist ja der Besitzer des Elderstabs, das ist ja auch in den Filmen gleich. Sein Zauberstab ist kaputt gegangen, das ist auch in den Filmen gleich. Er repariert mit dem Elderstab seinen Zauberstab. Ein normaler Zauberstab würde einen anderen Zauberstab, glaube ich, nicht reparieren können. Ich glaube, sie haben es auch probiert und nicht geschafft. Der Elderstab, der so mächtig ist und als mächtigster Zauberstab gilt, hat das auf die Reihe bekommen. Sein alter Phönixstab wurde wieder repariert und Harry legt den Elderstab zurück in Dumbledores Grab und spätestens wenn Harry dann eines natürlichen Todes stirbt, verliert dieser Zauberstab seine Macht. So endet es. Ich finde die Buchversion wunderschön. Ich finde es schön, dass Harry diesen Zauberstab nicht nutzen will. Ich finde es auch gut so, das ist auch etwas, was charakterlich sehr gut zu ihm passt. Ich finde es auch super süß, dass er seinen eigenen Zauberstab reparieren lässt. Ich finde aber die Filmversion tatsächlich in diesem Fall besser. Mit Ausnahme, dass er vielleicht so oft hätte seinen Zauberstab reparieren sollen, bevor er den Zauberstab zerbricht. Ich finde das Zerbrechen des Zauberstabes sinnvoller, als ihn zurückzulegen, einfach aus dem Grund, weil Harry später als Auro arbeitet und bestimmt irgendwann mal entwaffnet wird. und sei es nur aus Jux und Tollerei, weiß ich nicht, mit seinen Kindern einen Zauberstab üben, fechten, keine Ahnung, Verteidigung gegen die Dunste, also er geht ja später, nachdem er arbeiten geht, zurück nach Hogwarts in die Stunde Verteidigung gegen die dunklen Künste und zeigt bestimmt seinen Schülern einen Entwaffnungszauber, so wie bei der DEA, so nach dem Motto, geh und entwaffne mich. Dann ist ja derjenige der Zauberstab, Meister vom Elderstab. Das macht für das Zerbrechen des Zauberstabs mehr Sinn, weil dann ist zumindest aus für immer. Keiner kann den Elderstab dann reparieren, es kann nur der Elderstab und der ist kaputt. Also da finde ich die Filmversion tatsächlich ein bisschen besser, wobei natürlich erstmal das Teilgeschauen schöner ist, wie sie es im Buch dargestellt haben, mit Voldemort Graal, mit Schmeid, mit Dumbledore Graal. Ich mache weiter. Das Zaubereiministerium wird unter Kingsley, Shackle, Walt, frei von Korruption und Kungelei und die rassistischen Zaubereigesetzgebung wird reformiert und die Politik ändert sich vollkommen. Setzt unter Kingsley, Shackle, Walt, keinen Dementor als Wächter Naskawa mehr ein. Ja, ich finde es schön, dass die magische Gemeinschaft dann auch irgendwann mal im 21. Jahrhundert ankommt. Ich finde, allgemein, wenn man jetzt die Welt von Harry Potters mag, also wenn man die Welt der magischen Gemeinschaft, nehmen wir mal nur London, nur England, Großbritannien betrachtet, wunderschön, sehr fortschrittlich, sehr geheimnisvoll, sehr magisch, sehr mystisch und dann finde ich sie aber auch so alteingesessen und so altbacken und so altmodisch, dass ich mir denke, seid ihr sicher, dass nicht ihr diejenigen seid, die das Leben schwer haben, weil die Zauberer denken ja, dass sie Muggel es schwer haben, aber eigentlich machen sie sich das Leben selber schwer. Sie haben so viele alte Gesetze, die einfach in unserer heutigen Zeit, also auch in der damaligen Zeit, ich meine, Harry Potter spielt in den 90er Jahren und ich bin in den 90er Jahren aufgewachsen, selbst für diese Zeit sehr, sehr altbacken waren, also wirklich sehr altbacken waren und sehr rassistisch waren und sehr, also es ist, es wirkt manchmal so, als wäre die magische Gemeinschaft das Jahr, ich glaube, in den 16, im 17. Jahrhundert, glaube ich, in den Untergrund verschwunden und seitdem ist die Zeit für die stehen geblieben, mehr oder minder. So kommt es mir manchmal vor, deswegen finde ich ganz schön, dass das eigentlich, dass eben Kingslay und auch Harry und Hermine und Ron sich dafür eingesetzt haben, dass sich da einfach was ändert. Wurde ja auch mal Zeit. Dann sind wir am Ende angekommen, meine Lieben. Ich schau jetzt mal, wie lange ich schon rede, schon wieder fast eine Stunde lang. Ich lese jetzt noch den Rest vor, hier steht nämlich Rowlings ursprüngliche Konzeption. Rowling hat in Erwägung gezogen, dass einer ihrer Hauptcharaktere sterben könnte. Dass diese Möglichkeit bis zum Schluss für die Fans offen geblieben ist, macht sie sehr stolz. Ja, sie hat auch zugegeben, dass dieser Charakter Ron hätte sein sollen. Ich denke mir, hätte es das nur gemacht. Ich also, einerseits natürlich, weil ich Ron überhaupt nicht ausstehen kann und zweitens hätte es der ganzen Geschichte nochmal eine ganz andere Dramatik gegeben, wenn zum Beispiel jetzt Ron verreckt wäre statt Fred. Finde ich. Alternative zu Deadly Hallows, The Elephant anstelle des Kapitentitels oder The Previle Quest wären es gewesen. Die Parallelen der Todesserregime und der Iliu... Okay. Die Parallelen des Todesserregime Regiments und der Ideologien von einer überlegenen Rasse erinnern absichtlich an das Naziregime. Die Harry Potter Serie will zeigen, dass die Schrecken in der magischen Welt überall zu finden sind und appelliert an Toleranz. Sie warnt davor, blind an die öffentliche verbreitete Meinung und an die Autorität zu glauben. Lustigerweise habe ich hier schon auch schon gesagt, dass ich den Medien überhaupt nicht vertraue oder nicht glaube und ja. Weiteres verrät Rowling vielleicht später in einer Harry Potter Enzyklopädie. Ihr Zauberstab würde wahrscheinlich so sein wie Harrys, Stechpalme und Phönixfeder. Sie hätte am liebsten ein Otter, ihr Lieblingstier, als Patronusgestalt. Sie hat aber das Gefühl, dass es ein großer Hund sein würde. Das finde ich ganz interessant, weil Harry Potter nicht Harry Potter, sondern Hermine ist ja mehr oder minder J.K. Rowling, so wie sie früher war und deswegen hat sie auch den Otter bekommen, weil das ja ihr Lieblingstier ist. Ich meine, ich kenne ja J.K. Rowling überhaupt nicht. Und ehrlich gesagt gehe ich auch so ein bisschen mit dem Mainstream mit, die ja mehr oder minder sagen, dass J.K. Rowling Rita Kim ist. Ich stelle sie mir irgendwie so vor, auch durch die ganzen öffentlichen Bekanntmachungen mittlerweile, die sie so auf Twitter postet, stelle ich sie mir so wie Rita Kim konform. J.K. Rowling konnte nach Beenden des siebten Bandes nicht aufhören, das künftige Schicksal ihrer Charaktere zu planen. Daraus sind beispielsweise ihre Aufzeichnungen zu allen Weasley-Enkeln entstanden. Im Laufe des Schreibens hat sie sich umentschieden, ob ein Kind Zauberkräfte hat oder nicht, zeigt sich während der Kindheit. Im späteren Leben entfaltet sich keine mehr. Ursprünglich hatte sie ein anderes geplant. Ihre persönliche Lieblingsszene ist im siebten Band, Kapitel 34, The First Game. Ja, das waren die ursprünglichen Konzepte, Ideen von ihr. Ich finde das nicht schlimm, wenn sie zur damaligen Zeit diese Ideen hatte und jetzt eben heute vielleicht eine andere Idee haben würde. Also, als Beispiel ganz dumm gesagt, wenn sie jetzt zum Beispiel ein neuntes Buch schreiben würde, in dem keine Ahnung, die Abenteuer von Luna Lilly entstehen und sie halt plötzlich die ganze Geschichte wieder umschreibt, so wie Bruder Albus im achten Buch, finde ich persönlich nicht schlimm, wenn der Autor immer etwas Neues dazu indichtet, solange es irgendwo logisch erklärt ist und nicht logisch für uns, sondern logisch in dieser magischen Welt, die man erschafft. Also, wenn ich eine Welt erschaffe, in der alle fliegen können, aber halt zum Beispiel nur tagsüber fliegen können, weil es einfach die Regel oder die Gesetze dieser Welt ist, die ich erschaffen habe, dann muss es halt und ich dann aber was ändere, dann muss es halt logisch begründet sein. Versteht ihr, was ich meine? Ich erschaffe ja eine Welt, nicht einfach so aus dem Nichts heraus, sondern eine Welt mit Regeln und Gesetzen, so wie bei Harry Potter, als zum Beispiel eine Regel ist, dass der Vielsaftrank nur eine Stunde lang hält. Also hat er auch nur eine Stunde lang zu halten. Wenn er jetzt plötzlich zwei Stunden hält, dann macht es einfach keinen Sinn. Außer du begründest es mit einem, weiß ich nicht, Verlängerungstrank oder so. Das würde ja wieder Sinn machen. Der letzte Punkt ist über J.K. Rowling und ihre Pläne. Es wird schwierig für die Autorin werden, nach der Harry Potter Geschichte etwas Neues für sich zu finden, von dem sie sich angezogen fühlt. Welches Genre es sein wird, weiß sie selbst noch nicht. J.K. Rowling hat bisher noch nicht angefangen, die Harry Potter Enzyklopädie zu schreiben und es wird sicher auch nicht ihr nächstes Projekt sein. Ich könnte jetzt gar nicht mehr aus dem Stilgreif sagen, was J.K. Rowling heute macht. Ich meine, diese offen gebliebenen Fanfragen hat sie ja damals mit Beendigung des siebten Buches, glaube ich, oder des siebten Filmes beantwortet. Das ist jetzt auch schon über zehn Jahre her. Wir wissen ja, dass fantastische Tierwesen gerade momentan läuft, dass immer wieder neue Bücher rauskommen. Aber ich glaube, sie hat momentan noch gar kein Projekt. Vielleicht macht sie auch keins mehr, ich weiß es nicht. Sie hätte es ja, ich sag jetzt mal rein vom Geld her, wahrscheinlich nicht nötig, nochmal eins zu schreiben. ich würde mir wünschen, ich würde mir wünschen, dass sie sowas wie die Enzyklopädie schreibt, ich würde mir wünschen, dass sie bei dem Harry Potter-Genre bleibt, oder mehr oder minder so ein Ghostwriter sich anschafft, der vielleicht mehr Sachen rausbringt. Es gibt noch so viele Sachen, die ich lesen wollen würde, zum Beispiel ein kleines Novel über die Gründer von Hogwarts, oder ein kleines Novel darüber, wie, weiß ich nicht, Luna und was Luna nach Hogwarts gemacht hat, oder irgendwie sowas, oder eine kleine Fortsetzung, wirklich ein Jahr nach dem Krieg oder sowas, die Charaktere durchmachen, oder erleben, und wie sie das Ganze verarbeitet haben, etc., oder wirklich eine Geschichte ausgeschrieben, wie Dumbledore seine Kindheit verbracht hat, bis zum jetzigen, bis zu seinem Sterbedatum, sowas würde ich schon gerne lesen, weiß ich nicht, so die Memoiren von Albus Dumbledore, irgendwie sowas in der Art, so eine kleine Novel einfach, muss ja nicht viel sein, einfach nur so ein bisschen aufgeschrieben, was so wirklich passiert ist, das würde ich mir schon gerne wünschen, irgendwo, ich weiß nicht, habt ihr da irgendwelche Ideen oder irgendwelche Sachen, die ihr lesen wollen würdet, also für mich wäre es tatsächlich etwas über Albus Dumbledore, die Gründer von Hogwarts, die Familie Gaunt, da hat mich tatsächlich auch sehr juken, wie das entstanden ist und wie es dazu gekommen ist, also der Werdegang von Salazar Slytherin, also die Blutlinie, jetzt muss ich überlegen, was würde ich noch gerne wissen, ich würde, was ich auch gerne wissen wollen würde, ist zum Beispiel Entstehung der Elfen, wie sie so geworden sind, warum sie so geworden sind, woher das kommt und die Zentaurer, die interessieren mich auch total. Ja, das war's. Bin tatsächlich fertig geworden mit sechs Videos und dreht schon seit über dem Strang. Oh mein Gott. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht kannte ja der ein oder andere diese Fragen, vielleicht kannte der ein oder andere diese Fragen nicht. Vielleicht habe ich dem ein oder anderen Sachen aus dem Buch gespoilert, weil er nur die Filme kannte. ich würde jetzt gerne sagen, es tut mir leid, aber es tut mir eigentlich gar nicht leid. Ich kann jedem nur ans Herz legen, der wirklich sagt, er ist ein Harry Potter Fan, sich die Bücher zu kaufen und zu lesen oder die Hörbücher zu kaufen und sie sich anzuhören. Ich verspreche euch, ihr werdet es nicht bereuen, weil die Geschichte in den Filmen zur Hälfte nur erzählt worden ist. Es werden sehr viele vielleicht unwichtige Kleinigkeiten, vielleicht auch wichtige Kleinigkeiten, um Charaktere aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten, um Hintergrundinformationen zu sammeln, einfach weggelassen. Es werden auch viele Sachen verdreht. Viele Sachen, die Hermine in den Filmen sagt, sind eigentlich Ron-Sätze. Ron wird in den Filmen eigentlich noch idiotischer dargestellt, wie er eigentlich ist. er bringt mehr oder minder Harry die magische Welt näher bei. In den Filmen ist es eigentlich Hermine, die einfach der Liebling von Christoph Kolumbus, warte, hieß der so? Also der erste Regisseur war ein riesen Hermine-Fan, weswegen er sie vorher in den Vordergrund gerückt hat. also, wie gesagt, ich kann es nur jedem ans Herz legen, der nur die Filme geguckt hat. Schaut euch auf irgendeine Art und Weise auch die Bücher an, die Geschichte an. Mittlerweile gibt es ja auch zum Beispiel verschiedene Harry-Potter-Bücher. Ich habe eben letztens, weil ich das Buch von Tom Felton gesucht habe, im Bücherladen einen Harry-Potter gesehen, da war eine Dame so nett und hat das Ganze illustriert. Es liest sich ähnlich wie ein Manga, sage ich jetzt mal, also nicht als Manga-Form, aber es sind sehr viele Bilder drinnen, auch so aufklappbare Sachen, Briefe drinnen, also das war ein wirklich cooles Buch und wenn es nicht 44 Euro gekostet hätte, dann hätte ich es mir noch mitgenommen. Ich habe schon fünf Bücher in meiner Hand gehabt, das ging einfach nicht mehr vom Budget, aber ich werde mir das auf jeden Fall glaube ich noch holen, weil ich das so cool fand. man kann sich auch solche Bücher holen und sich einfach daran erfreuen, wie cool die Bilder sind. Genau, ansonsten besinnlichen Abend noch euch, ich hoffe, ihr hattet ein schönes Weihnachtsfest, ich hoffe, der eine oder andere hat jetzt noch Urlaub bis Silvester, ansonsten an die anderen, toi, toi, toi beim Arbeiten. Ich bedanke mich fürs Zuhören bei euch und ciao.